schönen guten meine lieben sind wir wieder in der runde civilization 6 und mit dabei ist wie immer mit der pausen klaus hallöchen hallöchen könnte mich auch hannelore nennen wirklich gut aber geklärt so ich hab mal wieder ein barbaren lager eingenommen wirklich schon ja ich bin der barbaren lager einnehmer das nimmt ja überhand mit dir hier schon klar nimmt barbaren lager ein gut also weißt du wie viel schaden mein kleines süßes schiffchen macht mit dem kann ich allein eine stadt auseinander nehmen mein kleines süßes schiffchen steht draußen am bank der weiß was ich in der badewanne ich habe die echt wir haben echt meine 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 berittenen bogenschützen die ich in letzter runde gekauft habe und die einfach so vernichtet oder lieber waren was sagen wir dazu schade und wohl noch genau schade so wie schade nur ein feld gehen hier ach so das ist ja schon meins ist das ich sage ich dich ja baby lalalala bamba 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 da machen wir den fernkampf an alhambra bamba soll ich mal alhambra bauen ich weiß es doch auch nicht naja ich brauche es erstmal ich brauche es erstmal in kaserne gibt wohnraum war man zwar gar nicht aber es gibt auch ein produktion kann kaserne dauert sieben runden kann man mit leben warum dann henker kann ich denn hier nichts für glauben kaufen das ist doch echt irgendwie das ist es nicht in dortmund du machst hier die kleine verschanzung wie immer du gehst da du nicht schießen darfst hierhin und hoffen dass alles gut geht so verdient einen großen propheten wie verdiene ich einen großen propheten das kann ich dir nicht verraten irgendwas mit glaube so also ich muss jetzt erstmal ach es schon nix ohne her so suche großer profit so mein katapult haben sie zerstört ich habe nicht aufgepasst ja das sollte man nicht tun großen propheten er kann schießen aber nur dahin noch blott religionsgebäude generieren große pfet punkte die erforderlich sind ja wie viele große propheten punkte habe ich denn weil ich habe nicht so ganz es ist mehr mehr schlecht als recht noch ich habe ich gefunden ich wusste dass sie irgendwo noch lauert ihr kleinen schweinchen ja so jammer nicht so ihr bleibt da weiter stehen geht hier mal weiter da lang ja ihr müsst leider gibt von raum ihr müsst da warten das bringt nichts so und ihr die kommen hier schon mal an und das ist gut die kann ich nächste runde befördern ein bisschen so was mache ich mit den kameraden ja die können eigentlich gerade nichts tun denn ich habe hier schon alle felder auf ausgebaut und ausbauen könnte deswegen gehen jetzt erstmal zu in die stadt so 50 55 okay das ist besser das mache ich auch direkt platten oder kenne ich nix so ich brauche offensichtlich einen großen handelstypen wo sie machten 778 jahre ich so große persönlichkeiten wann sie hier sich zuvor reportiert große wissenschaftler große musiker große handwerker hat nur real ingenieur general hier gibt es keine großen propheten offensichtlich das ist da mehr ist ja nix da machst du nix wo sehe ich denn bitte ausrichtungsbaum regierung technologie religion industriegebiet der glückwunsch mache ich jetzt fertig und dann mache ich da hier das ruhrgebiet ja manchmal manchmal ruhen darf ich gar nicht wollen gehen weil ich kein deutscher binde ne das stimmt nach schade ich hätte so gerne das ruhrgebiet gehabt ich bin doch so ein ruhrgebietler was ja kennst du mich ja noch von früher auch was habe ich jetzt hier gemacht scheiße da werde ich mal zurückverfolgen in wen verfolgst du schon wieder den da ja ich manchmal ist es halt so ne da kannst du auch nichts gegen machen das ist eben irgendwie einfach so oder also es geht gar nicht na klar ich bin aber kein muskel mit der musketiere lieber man ja hilfe die sind auch echt nicht ohne so ich werde erstmal die wassermühle reparieren so weil man hatte ich nicht hatte ich nicht noch ein anderes und zweites schiff irgendwo das ist mein einziges schiff von ich habe hat willst du salarin nein da habe ich noch ein schiff t und ding was war was das alles so ich werde das mal ein bisschen erkunden hier mal gucken ob ich irgendwo auch mal die arztekin finde so nächste runde halleluja 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 tics wohl nicht sauber was also nicht mal weiter der salarin der wollte mir hier ein erzählen der aladdin wollte mich bescheißen oder kriegt ja gar nicht bescheißen oder beschmeißen bescheißen da ist auch ein barbaren lager und ich habe hier keine ich habe nichts was mich beschützen kann oh ich muss gleich ich muss unbedingt gleich ich muss mal zack es geht natürlich nicht so geht das nicht so geht das nicht meine freunde sonne mein sohn der vorne ich werde das kaufen ich werde das kaufen und das war schon wieder alles und dann gehe ich da hin und dann drücke ich auf nächste runde na endlich ich bin so glücklich wenn ich im krieg bin unglaublich das macht mir sonst spaß ist unglaublich da kommen sie wieder die barbaren wenn ihr da jetzt mein scheiß hat er keine haften da darf das bisschen gar nicht machen oder irgendwie hat er bestimmt darf da das nicht ja 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 okay ich mit dem wir dann hier dem da hinschießen so was haben wir denn hier bankwesen ja komm hau ein so zack ihr seid mal wieder des todes geweiht dem tode geweiht mein junge so geht es nicht die waren des todes geweiht nein die waren des todes geweiht hier an dem fall oder ist so weit ich habe ich alte haben eine fregatte meine fregatte ist der knaller da gibt nix da man im alter schwede die ball hat eine stadt in zwei sekunden weg dort allerdings eine nicht verteidigte glaube ich zwar das ist jetzt aber auch keine leistung was ich gehe immer näher ran wenn es nix nützt dann nützt es nix so einheit benötigt befehle so jetzt habe ich auch ein musketier muskeltier schaffe ich nicht schaffe ich nicht schaffe ich einfach nicht ich gehe mal hier rein und lass dich mal verschanzen da hast du mehr von du musst dich mal aus was hier los Paris oh Paris an die macht was ist das hier für einer apostel deutliche niederlage da können wir mal pösteln du glaubst man da schießen ja pösteln ne hier die stadt schau doch eigentlich so du musst doch hier glaube ich nochmal reparieren ja ja pat situation sagt er ich verschanze mich mal bis zur heilung ich bin mal geduldig so und du du gehst mal dahin und die werden wir jetzt hier einfach mal auf Bereitschaft setzen ja so und mit dem werde ich jetzt hier mal gucken ich muss irgendwo mal ein anderes Festland entdecken entdecken sie jetzt ach guck mal da geht es gar nicht weiter wie schön so du musst jetzt auch mal heilen ja und mit dem weiß ich noch nicht was ich mit dem mache was mach ich denn mit dem der müsste eigentlich mal müsste der mal bringt nichts da unten zurück zur Stadt als Befestigungsmaterial hier schiesch den mal ab da so das war Kalkutta das wird doch nie langweilig an Gründer Indien übergeben soll ich das machen nein was doch ja klar Indien warum nach Kalkutta war ist es bestimmt Indien warte mal an Gründer Indien übergeben ja mach das mal nein hast du schon mal du kannst ja mal großherden ja dann sind das deine Freunde aber das ist genau hier in der Dings meine meine das will ich nicht abgeben aber das wäre mal voll ein netter Zug ach ein netter Zug wer ist denn nett hör mal nett ist die kleine Schwester von Arschloch ja siehste also ist da Indien ist das eine Stadtstadt nee na dann behalte ich die Stadt ja Entschuldigung aber ich behalte die tut mir leid mein liebes Indien aber ich 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 weiß auch ihr seid im Tode geweiht Moment echt nicht nett ja ich kann es nicht ändern gerade was euch machen naja du bist einfach nicht nett nee heute nicht ich muss dran denken dass ich hier vorwärts komme du schütt du was willst du hier Kollege nee warte mal ich komme gleich so Ritter Reiter Ritter Reiter Reitende Ritter was war das denn da ist schon wieder passiert komm du ruhig wer denn wo denn was hast du gemacht hast du dir nichts kaputt gemacht ich ich hab nichts kaputt gemacht noch nicht ich mache gleich was kaputt so muss ich weg eure Freundschaft mit der Birne hat ihren Lauf genommen und muss erneuert werden Reiter von Barbaren angegriffen jetzt ist aber echt langsam und hier Schicht im Schacht so ihr seid jetzt erstmal des Todes geweiht des Todes dem Tode nein das ist ein Genitiv in diesem Fall nein doch nein na klar nö also das das Schöne ist ja dass ich das selbst entscheiden kann auch nicht noch auch nicht noch als als deadmult ja deadmult habe ich auch schon mal gekannt guck mal da kommen sie doch und sind schon wieder tot da die Hunde da so Pokrovka kann schon wieder was Neues machen komm ich brauche eine Universität oh ne wie doch warum nicht nicht du also entschuldige oh bitte habe ich schon irgendwas gedrückt oh scheiße ich wollte nicht drücken was soll denn das ich will schon nicht die war anders okay dann nehme ich die ich muss jetzt hier mal ein Industriegebiet bauen damit ich hier ein bisschen mehr na gut dann haben wir Freundschaft ist abgelaufen ja weiß ich einheit benötigt befehle montezuma schlicht eine vereinbarung vor jetzt bin ich gespannt deutsch niederlage salpeter gibt er mir eisenpferde torpeter äh was ist das das ist zucker das ist quecksilber das ist zitruspflanze ach guck mal ich habe den spanier getroffen du hast den hatte ich vorher schon getroffen er ist mir unfreundlich gesandt gesinnt echt du kleiner Philipp du der blöde Drecksack da hallo julia so ich darf mir hier oben nicht mehr so viel zeit lassen ich muss unbedingt dieses barbaren lager entfernen sonst spornen da gleich schon wieder äh so ich werde mal diesen Kollegen nochmal sagen dass er das bitte unterlassen soll sonst gibt es Ärger ich bin ja gerade hier unten ne eigentlich sollte er vorsichtig sein was er tut dem was er tut deine mutter eine mutter alter muss vorsichtig sein jetzt mal hier rein bereitschaft quadrimere könnt ihr nicht reingehen das ist aber blöd wo sind jetzt die musketieren da unten sind sein bedeutender sieg na dann hau dir mal weg da genau hier macht mal heilung ihr macht mal deutliche niederlage ne dann dann heilen die sich erstmal deutliche niederlage immer noch gegenbringen oh bitte ich muss hier unbedingt ne neue einer kaufen und zwar oh ja super ähm ihr baut eine Mine ich hab auch ein musketier Saladin Saladin werde ich jetzt mal eben sagen mein lieber Freund du kannst mich mal gleich Forderung stellen unterlassen ich hab Arabien gefunden kann ich das nicht kannst du nicht warum kann ich das nicht wieso kann ich ihm nicht sagen er soll aufhören hier meine Städte zu manipulieren da also normalerweise müsstest du das können im ganz normalen Handelsmenü halt im Handelsmenü Abkommen aushandeln nee nicht mit Abkommen Forderung oder was ja Forderung irgendwie Forderung kann ich nicht ich kann nur dann von ihm fordern und da steht dann nichts dabei von wegen hier kannst du das mal lassen kannst du das mal lucken kannst du da mal aufhören Alter egal ich mach gleich krieg und dann ist Feierabend der ist hinter sich verstehst du ich mach gleich krieg dann ist Feierabend genau das ist nämlich Schluss hier mit lustig mein Lieber so ich glaube ich werde hier gleich mal einen Siedler bauen und dann werde ich mal rüber zum anderen Kontinent segeln und dann werde ich da mal in der Stadt gerücken es gibt Wohnraum aber Kaserne auch Kaserne gibt Wohnraum ja Kaserne gibt Wohnraum ja warum sagst du das nicht ja ich kann dir ja nicht alle Möglichkeiten jede Folge aufzählen ach komm das ist ja wohl das Mies ich muss ja auch mal gucken dass ich ein bisschen selber spiele auch noch deutliche Niederlage gegen Barbaren gegen Barbaren die machen mir hier ein bisschen Sorgen da muss ich irgendwas gegen tun ach so das ist so einer na dann weg damit der ist ja auch ach schön das ist schon ein bisschen schön das ist schon ein bisschen schön mich ärgert dass ich diesen ersten Admiral den ich da hatte nicht auch auf ein Fernkampfschiff gepackt habe ganz ehrlich wenn ich meine Fregatte sehe die räumt sowas von ab jetzt alter das ist auch nur vorübergehend ich bin ja so ein bisschen verliebt in das Great ich bin verliebt in die Liebe wirklich und jetzt werde ich mal ein Bombarden ausbauen für mich krass jetzt habe ich hier eine riesen keine Hunde ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich in mich klar na klar Norwegen hat ein Lager in der Amboise gebaut alter der islamisiert hier meine Geräte aber sowas von da muss ich doch was gegen tun können oh islamisiert ist aber echt auch ein sehr schwieriges Wort gerade in dieser Zeit ne ja Entschuldigung steht hier so na Lager reparieren bitte in Paris jawohl einer du kannst dich mal da verschanzen weil ich brauche da einen Verteidigungsmechanismus sonst kann ich mich nicht verteidigen leuchtet ein irgendwie nicht ne ist schade eigentlich so genau das wollte ich auch gerade sagen und dann wie achso ich muss ja erstmal ankommen ist ja auch scheiße dann werde ich dir mal wegsmashen da haben sie schon ein Töre ich kann mit mit Bogenschützen oder Armbruchschützen je nachdem kann ich nicht in eine Stadt reingehen die schon weggebombt ist ne hast du das festgestellt schon mal ja ist doof ne äh ja achso ja soll ich den auch aufwerten dann könnte ich das gleich mal hier unten ausprobieren ne noch nicht warte mal ab aber das geht ja nur innerhalb von geschlossenen Mauern hier ne dann muss ich das doch machen gleich ja mein lieber mein lieber Herr Gesangsverein mein lieber Klaus ist aber hier auch ein bisschen sehr seltsam ne so nächste Runde was passiert was passiert ich geh mal mit denen hinterher und Handelswege sind es mal wieder soweit dann kannst du hier mal heilen kurz aber nur kurz so dahin du äh ja eigentlich brauche ich dich mal eben noch du kannst gleich wieder da hingehen euch meine lieben fritzen euch werde ich auch mit hier runternehmen die fritzen ja da fritzen nehme ich alle mit und die guten kanonen jetzt hier alter gut aus philippe zweiter hat mich denunziert ok warum macht er denn sowas nach einem zwei frontenkrieg die hat angst vor mir ja das ist auch berechtigt mein lieber dann denunziere ich den auch mal ja ich kann ihn nicht denunzieren warum kann ich nicht denunzieren ach so wollte ich schon ist schon nächste runde manchmal ist das ganz schön ungerecht er islamisiert hier weiter du er lässt es nicht er lässt es nicht ich werde kommen und ihn holen so pass mal auf kleiner neue meinungen gelten immer als Haufen Elend da kann ich jetzt wechseln nein immer noch nicht so habe ich endlich diese insel da von den Barbaren befreit beförderung verfügbar oh das ist auch schön ähm ihr macht mal so bis zur heilung und du gehst mal gehst mal hier so oh ich habe wieder neue handelswegskapazitäten das ist ja schön oh guck mal da steht der Birne mit dem wikingerlandschiff ich weiß nicht oh ich komme jetzt ins Industriezeitalter gleich das macht ja nichts naja doch ich will nicht so schnell fortfahren stattfindet Nahrung ist egal Aufklärungsausrichtung Forschungsabkommen können wir machen Universität von Oxford Fabrik Ruhrgebiet kann ich doch bauen das nehme ich auch wenn es länger dauert hier mache ich eine Schiffswerfst wer werfst eine Schiffswerfst verstehst du eine Schiffswerfst ja cool wie geht das ich muss hier baue ich einen Siedler wieso kann ich hier kein Dingshaus machen da baue ich jetzt erstmal eine keine Musketten eine Wassermühle bei Toulouse bauen wir erstmal bauen wir erstmal wie die können oder was plus ein Nahrung plus ein Gold erstmal einen plus zwei Kultur boah das dauert alles so lange hier bei dem Ding ich bräuchte eigentlich was was Produktion bringt aber habe ich nichts Production wovor ich bin mit dir mein Lieber dann muss ich Gold nehmen Gesandten schicken ich kann ja einen Gesandten schicken ich schicke ich schicke einen Gesandten nach Hongkong und einen nach Lisboa damit ich da den Dreierbonus kriege ehrlich ja das macht sich nämlich dann gleich direkt bemerkbar so Handelsweg Amboise Brüssel so geht die mal rein Brüssel ist da oben wir machen mal wir machen mal so ich glaube ich mache mal Amboise weil das bringt ein Produktion das ist zwar nicht viel aber immer ein bisschen was zack nächste Stadt ist meine Produktion wählen so das mache ich hier nochmal ein bisschen runter so jetzt ist ja die Frage die große Flore ist ja Montezuma das wird schon wieder Frieden schließen mit mir nicht mein Freund mit mir nicht hier einen Händler kaufen ne Händler sind noch zu teuer 550 das ist natürlich nicht so läuft nicht so letzte Runde vor der Pause also letzte Runde in dieser Aufnahme letzte Runde vor der Pause ja letzte Runde heißt das jetzt wie wo was heißt das heißt ich moderiere jetzt ab ja dann moderieren wir jetzt mal ab ich moderiere jetzt mal ab irgendwo schießt was interessant ja an dieser Stelle würde ich sagen haben wir uns mal wieder ihr freut hat hier zugeschaut habt und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei und wenn nicht dann ja alles klar tschöö tschöö tschöö